Unser Ziel ist es, die Struktur und Funktion von molekularen Maschinen im zellulären Proteintransport aufzuklären. Diese Maschinen sind quasi das Postsystem der Zelle, die den Adressencode in Proteinen auslesen und dafür sorgen, dass diese ihren Bestimmungsort mit großer Präzision erreichen. Nachdem die Komponenten der Transportwege identifiziert sind, kommt es jetzt darauf an, die Kommunikation der Teile miteinander und ihre Dynamik zu verstehen. Das Verständnis der Lebensvorgänge in den Zellen ist die Grundvoraussetzung für alle weiteren Fragestellungen bis hin letztendlich zu medizinischen oder technologischen Anwendungen. Das Interessante in unserem Forschungsgebiet ist, dass wir wirklich atomare Einblicke in die Wirkungsmechanismen dieser molekularen Maschinen gewinnen, mit dem Ziel, so eine Art 3D-Movie zu erzeugen, die diese Maschinen in Aktion zeigen letztendlich. Das ist die Basis der Neu. Das ist die Ausfluggebiet. Vielen Dank.